herzlich willkommen zu einem neuen shop video heute kommt das neue update und zwar kommt heute die autosniper ein heute um 14 uhr wird keine downtime geben auch kein patch allerdings mache ich den stream an und wir können sogar vielleicht damit hoffen dass tiltetown reinkommt weil jetzt schon der generator und alles an ist der riss oben entstanden ist und ich habe auch schon eine sache der neuigkeiten gesehen was heute im shop ist und das deutlicher weiter drauf an wenn ihr auf dem kanal keine videos verpassen wollte und euch die ganzen videos gefallen würde ich mich sehr über ein abo und like freuen vielleicht schaffen sogar bis ende des monationen abonnenten wäre auf jeden fall super super riesiger support jetzt gucken wir meinen item shop rein genau das habe ich heute gesehen wir haben wilder westen skins einmal hier mit einem schönen wilden resten rucksack und dann hier den screenen gibt es ja auch schon seit ewigkeiten rette die welt modus dann kann man hier auch den hut abnehmen finde ich aber definitiv mit hut besser ist auch wieder der klatsche skin den gefällt jeder als fußball skin hat sieht aber generell nicht ziemlich cool aus lau skin ist auf jeden fall super nice dann haben wir hier ein grenzläufer als wenn im prinzip mit so einem sprengrucksack mit dynamit dran und dem kann man glaube ich auch genau dann kann man auch eine kopfverdeckung abnehmen ist auf jeden fall ganz cool und jetzt haben wir endlich nach einem halben jahr die langhorn spitzhacke drin war schon ewigkeiten wirklich hier drin das ganze set war schon ewigkeiten im spiel drin und jetzt wurde tatsächlich mal das ganze alles released nach einem sogar nach einem jahr wurde das release war ja damals so season fünf wo das ganze mit der wüste auf kam sollten die ursprünglich reingebracht werden ich weiß gar nicht ich glaube die ganzen skins hier waren damals auch schon in den ebenfalls drin ist auf jeden fall schon ziemlich krass das jetzt reinkommt und werden wieder einen alten skin und zwar den halloween hier den halloween vampir skin hat einen ganz netten umhang eigentlich ist jetzt aber nicht so meine lieblings skin vor allen dingen hier mit diesen etwas lieren eine haut finde ich das nicht ganz so cool dann haben wir die mondaufgang spitzhacke sieht da reaktiv aus ich weiß das heißt die müsste eigentlich hier müssen weiter leuchten das ganze in ordnung spitzhacke haben wir den club da mal wieder ist ganz netter skin auf jeden fall ninja stil eben halt aber ist jetzt nichts als besonderes aber die geist spitzhacke ist ganz in ordnung auf jeden fall dann haben wir wieder die rote verteidigerin mit dem mit der schönen wollmütze die natürlich perfekt im sommer passt mit wilder westen auf jeden fall ist aber eigentlich ganz cooles skin auch dafür dass er zwei stil hat und grünes skin ist es ist auf jeden fall vollkommen in ordnung kann sich definitiv kaufen aber auch verweckt ist in ordnung ist jetzt aber auch nicht meine lieblings mode aber chris cross hat eine ganz coole musik sind auch ganz cool muss auf jeden fall dann haben wir die magma lackierung ist eine super coole lackierung ist auch eine meiner lieblings lackierung neben der world cup lackierung sieht auf allen waffen bis auf der bürze sind sie ziemlich cool aus und der diegel auf den kleinen waffen sieht es nicht ganz cool aus wo vom rest hat das jemand eine super super coole einen super coolen effekt einfach gefällt mir auf jeden fall ich bin auch schon gespannt was denn für balance changes reinkommen bezüglich des roboters können auf jeden fall gespannt sein deshalb würde ich mich auch freuen wenn ihr dann nachher den stream auscheckt jetzt gucken allerdings erst mal was denn hier alles so heute drin ist wir haben allerlei lama lohnt sich nicht ist es ein mythischer schade kann ja immer hoffen wenn es ein legendäres upgrade lama ist und hier ein anführer der überlebende ist kann es jemand auch ein mythischer anführer sein hier liegendes tollschatz lama wird mit dem nächsten patch wahrscheinlich ausgetauscht gegen event lamas deshalb solltet ihr jetzt die tickets sparen ich habe null hoch ich habe die welt noch fast gar nicht gespielt jetzt in der season weil einfach battle royal grad übelst bock das war es auf jeden fall mit dem video dann bis zum nächsten video